Herzlich Willkommen und hier ist euer Saks und das ist schon wieder Rockett schon wieder. Ich weiß nicht wieso. Warte, ich mach jetzt kurz was das so. Vielleicht deswegen, weil ich auf Skype bin und bin nicht reingegangen. Schauen wir Sky, weil sowieso nichts los heute irgendwie. Hallo, ich will aufschauen. So, jetzt. So, haben wir 30 Stück und haben wir verloren, aber scheißegal haben wir unser Garten fertig gemacht. So glücklich, so glücklich, so glücklich, äh ja, haben wir ja genau was, äh, klasse, ja. Äh, warte, okay, ich will die Tür hier rein machen später. Dann hier durch die Platin, äh, wo, ah scheiße. Ich bin bitter. Meine Schafe ist kaputt gegangen, äh, das ist mir kaputt gegangen. nicht, oder? Äh, das, ne, nehmen wir, weil vielleicht können wir ja gebrauchen, aber, also das Essen brauchen wir, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das brauchen wir auch, äh, das brauchen wir auch, äh, Glas kann weg, das auch weg, Schwert, Holzschwert, ah, das ist mir, wenn man sie weg klopfen, das auch brauchen wir nicht, oh, haben wir noch so viel glücklich. Ja, passt. Also, zack, zack, zack. Und hier fängt er an, ja, nach unten. Ja, haben wir, und da mach ich, wo ist Glas, ja, ich hab mich nicht genommen. Das war blöd. Äh, nehmen wir diese 22 Stick. Ja, irgendwie sieht gut aus. Äh, ja, das kann ich schon weg machen. Und, also Steine brauchen wir sehr viel Sticks, jo, ups, ups, und das kann jetzt das so. Äh, ich weiß nicht, ob wir das nicht übertreiben. Ja, für erst sollte das reichen. Wahrscheinlich verfolgen wir den bei Untererde begammeln. Aber erst, glaub ich, das, seht ihr was, schon haben wir Steine. So, zack, warte, äh, gibt's irgendwo, hier, muss ich bloß verschauen. Berg. Wenn ja, dann gibt's, ist gut. Aber wenn nicht, dann müssen wir, äh, gerade, äh, so bergmäßiges. Ja, doch, gerade auch, dann bauen wir sogar richtig. Ich glaube, nur ein Gerät ausmachen muss. Weil, wahrscheinlich, unter Berg ist immer mehr, diese Eisen, Diamanten usw. Und, wenn ich hier, ich grabe immer bis Stufe 11. Wo könnt ihr das sehen? Ich traf F3 einfach. Und ja, da wo ihr seht, ist Z. Hier. Hier. Okay, könnt ihr später sehen. Hier Z, Y. Wenn wir eher wissen, in welcher Stufe das ist. Bei manchen zeigen wir, äh, nach vorne, rechts, äh, vorne, hinten, rechts, links, und das nach oben und unten. Das ist, ich bin sehr schockt. Hier können wir testen. Also, ich geh nach vorne, dann diese Zahl, erste Zahl ist gering. Ja, kommt drauf. Wenn ihr eher seid, eigentlich die sollte richtig sein. Ja, seht ihr? Die erste Zahl ist bisschen überschnell. Und diese ganz, äh, ganz richtig. Äh, so wenig, ein bisschen wenig. Wo kommt drauf? Ja. Ja, seht ihr? Da muss ich immer richtig dran legen. Ich glaube, ihr nach dieser, äh, diese hinten bewegt sich. Also, die mittlere ist die, welche muss ich nach oben da haben, wo ist der Stufe 11. Deswegen meine ich zopp, zopp, zopp und so. Die schlimmste ist, wenn ihr seid, auf dem Berg muss ja ganz unten, dann muss ja, äh, wie verkraben. So. Also, wir brauchen jetzt Spitzhacker. Und das kann man ja schon weg machen, genau. Was hab ich hier? Was hab ich nicht gemacht? Jetzt. Weil ich hab nix gesehen einfach. Zack. Ich baue einfach ab. Geil. Oh. Seht ihr? Schon Eisen. Na, wir sind schon Eisen. Für ein Eisenspitzhacker. Aber es ist ein bisschen scheiße Haus. Kann ich? Sag nicht es noch. Na. Ne. Hab ich schon gedacht. Also, wir brauchen Eisen. Für ein Eisenspitzhacker. Für unsere Rüstung. So weiter. Dann gehen wir sofort. Und wir drücken schon App ein. Ja, ja. Das brauch ich nicht. Aber das. Wir brauchen Spitzhacker. Nicht das. Nicht das. Genau. Ja. Ja. Wo haben wir Erde? Erde? Ja. Das kann man weg machen. Flassieren wir was. Machen wir das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Das hier. Ah. und packe hier rein, da sind wir am liebsten. Oh, haben wir noch einen gepasst. Ja, machen wir weiter. Erstmal diese Holzspitzhacke wegmachen, wegkloppen. Das habe ich also richtig, ne quatsch, ich sehe schon. Brauchen wir ein bisschen länger, aber dafür wird sie gleich weg. Weil, wenn ich bin, könnte sein, diese Folge, diese Folge, konnte länger sein, weil ich weiß nicht, wann ist Tag vorbei, wenn es anfängt. Wenn ich sehe, halbe Stunde, dann habe ich zwei Tage durchgemacht. Weil ich habe immer, wir machen Facecam, sehe ich wie lange es da ist. Also, der Tag ist so ungefähr 10 Minuten lang. Dann weißt du, wie lange es dauert. Manchmal, mit so vertiefen, merke ich überhaupt, das nehme ich schon halbe Stunde auf. Dann schlaube ich einen Tag und zwei. Ja, langsam brauche ich Fackel schon, ne? Und die Spitzhacke ist langsam kaputt. Ja, das habe ich gemeint. Dann machen wir das hier. Piep. Oh, nee. Dann machen wir so. Zack. Und zack. Zwei sogar, nicht mehr Arsch. Äh, zwei Asen, dann haben wir was vorher. So. Dann wird die Sucherei angesagt. So. Langsam. Unser Haus wird dann immer weiter erweitert. So. Ich vergehe in mein schwarze Haus, denke ich das ist schon nacht. Aber ich glaube noch nicht ist nacht. Ich sehe wann ist nacht mal nicht. Äh. Ich kann das sehen. Von Zeit aus schätze ich es. Echt. Äh. So. Wenn wir finden Colle werde sehr gut. Immer wieder finden man Colle. Aber wann, das kann euch nichts sagen. Also jetzt brauchen wir Fackel auch ne Scheiß. Äh. Das wird die, oh. Ja. Und hier. Zack. Zack. Oh. Nochmal Eisen. Geil. Vielleicht bald können wir ja Rüssen und komplett bauen. Von Eisen. Dann fertig können wir ihn nicht so schnell. Yay. Und Backput. Und machen wir Erde da. So. Wenn wir Erde hier unten. Dann zeige ich euch wieso ich habe die Schaffel genommen. Oder nicht. Ne. Ne. So. Also ich glaube jetzt ist nacht. Dann gehen wir jetzt nach oben. In der nächsten Folge machen wir weiter. Jetzt muss ich viel springen. Aber in Zukunft mache ich hier noch 3. Dann passen wir schon. Ja. Also. Ne. Warte. Ist nämlich nicht nach. Warte. Wie dauert die diese Tage überhaupt. Bisschen ein bisschen nach oben gekommen. Ah ja gleich ist nacht. Passt schon. Also machen wir da ein bisschen länger. Äh. Und das haben wir. Äh. Auf. Ja. Haben wir schon sogar. Und machen wir das schon rein. Und bauen wir uns eine Eisenspitzhacke. So. Weil wir werden gebrauchen. Wenn wir finden irgendwie Goldreston glaube ich auch. Und Diamanten. Dafür bringen wir Eisen. Und lange genug. Dann machen wir noch Helm dazu. So. Vielleicht wenn jemand. Wird es besser. Dass wir nehmen. Die. Eisenschwerden wieder machen. Aber. Wenn wir machen. Oder. Habe ich schon Eisen. Ne. Das ist Stein. Weil ich will Holz weg machen. Und dann will ich Eisen weg machen. Weil. Bei Monster. Wird das dauern. Dann. Für. Erste. Das. Das war's. Und ich freue mich. Das war's. Ihr habt eingeschaltet. Und wenn ihr ihr wollt. Kein Video weiter verpassen. Dann abonniere mich. Und bis nächstes Mal. Tschüssi. Ciao. Tschüssi.